wir haben den vierten juni 2013 viele die nicht mehr an das glaubten was wir heute erleben ist geschehen die sonne kam zurück nach wochenlangem regen und überschwemmungen einem kalten mai und einem vergessenen sommeranfang scheint es jetzt zu klappen jetzt der vierte juni bringt uns richtig sonne und gemäßigte temperaturen die zum ertragen sind 21 grad ein grund mehr aufs rad zu sitzen los zu strampeln hier im allgäu atmet man durch lange hat man darauf gewartet einen solchen tag wieder zu erleben man hat es fast vergessen die blüten sind schon abgefallen im dauerregen und trotzdem erfreut man sich den obst plantagen die wir hier um radeln ein toller tag kommt auf uns zu und die natur atmet durch und auch die ersten reiter sind schon unterwegs sind auch die pferde standen lang genug im trockenen stall bei dauerregen draußen und auch grümmel freut sich der erste sonnentag und verfreude lichter auf allen vier nach oben und lässt sich verwöhnen nur einer hat etwas stress der kokola ersucht seine familie seine hennen naja viel glück